Es ist gut, es riecht gut, es riecht gut, das frische Heu, es ist auch gar nicht mehr so frisch, aber gut. Ups, es riecht gut, das ist nicht auch schon. Und schon mal geht der Druck von daneben. Oh ja. Also heute, das war so ein interessanter Abschnitt, gestern Abend gutes Essen, gute Stimmung. Mitten in Corona-Zeiten so ein Highlight. Und heute Morgen dann auch so ein bisschen, das ist immer, der Wein war halt doch nicht so. Oder ich bin halt auch nicht so. Jedenfalls war das nicht so gut. Das Erwachen war da nicht so gut. Und dann habe ich mir verschiedene Filme angeguckt. Verschiedene Filme auf meinen Informationskanälen. Ich muss mir dazu sagen, ich bin also informiert über hessischer Rundfunk und bayerischen Rundfunk. Das ist sozusagen der Feindsender. Das sehe ich so als Volksempfänger. Den höre ich mir dann an. Du wirst Bescheid, was der Graf und die Herzögin oder wie auch immer von uns wollen. Und jetzt habe ich vorhin eine Mail gelesen. Dem habe ich eine Mail geschickt. Die ist wiederum, nee, einen Link geschickt. Wo ich auf sofällige Weise auf eine Seite gekommen bin, wo einer, der hat gefilmt, wie er in eine Verkehrskontrolle neu kommt. Der Polizist fragt ihn, wo er hinfährt und was er da macht. Und da hat er gesagt, was das den Polizisten angeht. Und daraufhin hat der Polizist gesagt, das wäre also keine gute Antwort. Er muss ihn jetzt untersagen, da hinzufahren. Und da habe ich gedacht, das ist doch nicht so aus dem Witzfilm oder was ist denn das. Aber das war wahrscheinlich echt. Das war ein richtiges Gefühl. Und der Typ hat nicht richtig geantwortet. Nein, diese Antwort ist falsch. Er hat sich untersagt, ihn da hinzufahren. Und der wollte es erst nicht glauben, aber ich weiß nicht, wie es weiter ging. Jedenfalls endete der Film da. Deshalb wollte ich dem schicken. Und der hat gesagt, auf die Seite geht er nicht. Prinzipiell betritt er dieses Portal nicht. Ja, so fing das schon an. Und da war dieser Link sozusagen und wir haben gestorben. Und da hat der mich dann mit Links bombardiert, was er wieder so alles gefunden hat. Und das ist alles unglaublich. Das ist einfach alles unglaublich. Sagen wir mal, wenn das zu meiner Schulzeit oder Studentenzeit jemand gesagt hätte. Obwohl, ich habe letztens mit mir am Telefon gesagt, das hat bei uns schon damals angefangen in der Studentenzeit. Da wurde extra einer eingestellt an der Uni, der das, was die Studenten von sich geben, in Schriftform liest und zensiert. Tja, da sind ja immer so extra einen eingestellt. Wahrscheinlich hat außerdem das keiner gelesen. Aber der hat es gelesen und hat seine Kommentare abgegeben. Da waren wir natürlich, oder ich habe ja nichts geschrieben, aber die anderen waren da eigentlich auch ein bisschen gebauchpinselt. Kümmert sich wenigstens mal einer, auch wenn er ihnen dann anschließend verbietet, dass sie das nochmal sagen. Es ist kaum zu glauben. Ja, auf jeden Fall, damals hat das schon angefallen. Das habe ich dem auch gesagt. Ja, da hast du recht, das fing damals schon an und noch früher. Okay, die Zensur, eine Zensur findet nicht statt. Genau, wenn das schon irgendwo steht, weiß man Bescheid. Und keine Mauer bauen, oder wie das geht. Okay, und da hat der mir seine Links geschickt und da war dann wieder der eine dabei vom dritten Jahrtausend. Und die habe ich eigentlich nur davon erzählt, dass der KNFM, den wollte ich jetzt erwähnen, das war immer einer meiner Kanäle, wo ich mich informiert, den gibt es immer noch. Aber ich habe damals schon mit meinem Kumpel diskutiert und habe gesagt, wie der glauben kann, dass er an der Rand von Berlin auswandt oder was weiß ich wohin. Und dann lassen sie ihn in Ruhe. Oder umgekehrt, wie er jetzt glauben kann, dass er irgendwo ins Ausland geht und es wird besser. Das ist doch genauso. Den Janisch, lass es ihn halt rumhopsen, den habe ich mir heute auch angehört mit seinem Beitrag an die Familie. Weil er halt auf einer Insel hockt und dann kriegt er so und so. Irgendwann den Gar ausgemacht. Das ist doch vollkommen klar. In der Philippine, da war ich auch. Die hatte, glaube ich, mal einen Rock'n'Roll-Sänger, zumindest hat er so ausgesehen als Präsident. Also, das ist doch vollkommen hopeless. Da muss ich doch nur die Stimmung drehen und da ist er doch auch gefrühstückt. Das ist doch kein Rückzugsakt oder so. Und genauso, ja. Und da hat der, ja, und da wollte ich auf den KNFM, da geht jetzt irgendwo anders in die Welt und da maßen anders fertig. Das ist einfach so. Es darf nichts mehr gesendet werden, was gegen Amerika ist. Und da, vor kurzem habe ich mit jemandem diskutiert über den Snowden da, der, ja, der arme Snowden. Da habe ich gedacht, ja, das ist wirklich, ist auch schon ein bisschen komisch. Der Assange ist wirklich, das war ja noch eine Art Journalist, der Snowden. Das ist eine Nummer härter, finde ich schon. Der hat ja da seinen Beruf gehabt, immerhin. Und wie der aber dann glauben konnte, der Snowden, da drüber ging dann die Diskussion, nach Deutschland zu gehen und dann Asyl zu fragen, das ist mir ein vollkommenes Rätsel. Wenn doch der im Geheimdienst sitzt, da muss er doch wissen, dass Deutschland sozusagen ein Satellit ist von Amerika. Da kann er doch kein Asyl beantragen. Das wäre genauso, wie wenn er auf den Flugzeugträger von Amerika gegangen wäre und hätte um Asyl gefragt. Sag mal, wie weit reicht denn dann dem seine Kenntnisse vom, über Geheimdienst, da brauche ich kein Geheimdienstmitarbeiter zu sein, um zu wissen, dass Deutschland nach dem Krieg eben gefrühstückt war und vorher schon. Also, das wundert mich. Und das ganze Brumbamborium dort, die Politiker, die sich dort aufgeregt haben, ja, 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 die können doch so und so nix ausrichten. Die schnaufen fünf Monate, dann haben wir sie ausgeschnauft. Und dann, das hätte er gleich wissen müssen, dass er nur nach China kann oder nach Russland. Bis, ja, Kuba vielleicht. Da wäre er aber direkt bei Amerika gehockt. Das war vielleicht nicht mehr so gut. Insofern glaube ich fast, dass der Snowden, was hat er dann großartig verratet, dass die, 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 die unsere Kanzlerin ein bisschen schräg drauf ist manchmal. Na ja, das haben wir auch so gewusst, oder? Also, das ist ja kein Geheimnisverrat. Ich finde, wenn wir sowas als Geheimnisverrat angucken, okay, da können wir auch einen Witz machen. Also, vielleicht ist da nur eine hohle Nummer gewesen, um zu zeigen, was passiert in der Zukunft. So stelle ich mir das vor. Das sind ja nur, da wird immer jemand vorgeführt, der Schauprozess sozusagen. Und vielleicht haben wir so den geschickt, oder? Willst du da in Amerika bleiben? Ach, weißt du, bist so und so immer nur daheim gehen. In Russland setzt sich nach Moskau in ein Appartement. Ist auch gut. Und da können wir an dir demonstrieren, was mit einem passiert, der erzählt, dass die Merkel meines um acht in der Nase gebohrt hat, oder so. Also, ja, das ist dann wesentlich und das ist dann weltweit umspannender Geheimnisverrat. Also gut, wenn sie nichts Besseres zu sagen haben, dann war's das. Also ist das alles irgendwie, ja, manchmal denke ich, vielleicht ist es ja alles nur ein Theater. Also wie die Truman Show. Und da hinten, da hinten ist der Holiday, der ist gemalt, ja. Hinten der Heidstätte fängt schon die. Und wenn man da hinfläuft, dann stößt man an die Wand. So habe ich mir manchmal schon gedacht. Da oben ist übrigens die Römer-Siedlung direkt da oben. Wo denn da? Das weiß ich jetzt nicht genau. Na, da, da irgendwo. Da mache ich immer meine Ansprache an die Germanen, wenn ich da oben vorbeikomme. Da stelle ich mir immer vor, was die Römer hier gemacht haben. Was haben die da oben gemacht? Da saß dann irgendeine Abteilung aus Rom da oben. Was haben die sich da dabei gedacht? Ich habe dann an ihrer Ork hier in Rom geträumt, oder keine Ahnung. Und da oben, der Ritter, der kam dann, tausend Jahre später sind die gekommen da. Oder 2000, ne, ich komme mir vor, wenn die in Rom waren. Ich habe das doch letztens gelernt. Wann war denn der Lienz? So, ich habe es wieder vergessen. 200 nach, glaube ich. Bis 300 nach, oder? So irgendwie. Und die kamen 1300. Also 1000 Jahre, sage ich, ja. Und da haben die sich da oben hingesetzt. Da muss ich auch noch mal forschen, was die denn für welche waren. Ich habe mal einen Film über Wallenstein gesehen. Und da sieht man mal, wie der da seine Schlacht gemacht hat. Das sieht man nicht so genau. Aber da sitzt er in seiner Burg. Die habe ich letztens übrigens besucht da. Das habe ich letztens schon mal erzählt. Ja, ich weiß. Friedland. Sehr schön. Da waren wir oben auf der Burg. Und in dem Film kommt aber die Szene vor, wo der da mit seiner Gischt am offenen Kamin sitzt und seine geschundenen Glieder da wärmt. Und da denkt man schon, also gegenüber denen hat man schon heute, wenn der Ölofen anspringt oder der Holzofen, dann ist das schon eine feine Sache, wenn die Heizung funktioniert im Winter, meine ich. Also ist schon gut. Ich denke mir dann immer, wenn man so ein Haus hat, also ich bin ja immer so grundsätzlich ein Haus, wo das Dachdicht ist und wo der Keller nicht feucht. Das war so ungefähr die Grundtendenz meines Vaters. Und da hat er vollkommen recht. Und dann darf es natürlich nicht wegrutschen. Man hat ja immer Angst, dass es fortrutscht vom Berg. Das sind so grundsätzliche Sachen. Und wenn das da ist, ja, was will man da noch mehr? Das, was die anderen mit ihren Häusern ausstellen und dass ich da zehnmal eine neue Küche brauche und fünfmal einen neuen Fernseher. Das ist doch alles vollkommener Quatsch. Oder? Ah ja, sicher. Die wesentliche Sache ist ein Haus, was diese grundsätzliche Sache erfüllt und dann eine Wasserversorgung. Ver- und Entsorgung. Dann braucht man eine anständige technische Versorgung. Die haben wir ja. Und dann ist alles gut. Dann geht's einem schon, das sind schon fast paradiesähnliche Zustände. Und das Restschnick-Schnack, wo die anderen dann die Probleme machen, das ist eigentlich nur vollkommener Hirnrissen. Da muss man sich nur fernhalten. Fernhalten von den Gattenzwergen. Und alles ist gut. Ob das jetzt gelingt mit dem Corona, es ist ein Moment erreicht, wo ich glaube, es ist jetzt fern. Es ist jetzt passiert. Es ist passiert. Oh, Jesus, nein, Jesus, nein. Waren das Berichte, das dritte Jahrtausend, die sind auch gut, ne? Haben wir es ja vom KNFM erzählt, von dem seiner Flucht. Und den selber habe ich gestern Abend mir angeguckt noch. Der regt sich immer so schön auf. Der Janisch hat da abgesang gemacht, der KNFM. Es geht jetzt praktisch dem, es wird abgeschaltet. Und dieser Verkehrs-Raudi, also was heißt Raudi, der ist rausgewogen geworden und der hat keine ordentliche Auskunft gegeben, wo er hinfährt. Wir sind eliminiert. Es ist kaum zu glauben, oder? Da lacht einer da drüber. Der wird jetzt genossen. Aha. Hauptsache, es wird man nicht geschossen. Das ist schon mal gut. Es kann noch kommen, ey. Das stimmt. Warum noch nicht? Das wird man dann auch noch absegnen. Dann sage ich ja, es war zu viel Lärm. Also nach dem, was hier läuft, halte ich alles für möglich. Jetzt bin ich mal gespannt. Also der Film, das habe ich ja jetzt schon zweimal gehört, mit der Milva, die da gestorben ist nach ihrer Impfung. Also da sind jetzt einige Lapsus, Lapsen, was sind da mit Lapsus, Lapsi, keine Ahnung wie die Mehrzahl ist, wo man sagen muss, da muss man mal nachgucken. Da versterben einige, die wird überhaupt nicht mehr darüber berichtet. Da sagt man, die waren halt alt oder so. Da kann man nichts machen, die waren alt. Vorher, wenn man gesagt hat, die sterben halt im Alter. Ne, ne, wenn sie geimpft worden wären, dann hätten wir sie gerettet. Jetzt sind sie geimpft, sie sterben trotzdem. Ne, die waren halt alt. Jetzt sind wir diesen Quacksalbern, wenn man denen nicht mal das Handwerk legt. Naja, jedenfalls, die habe ich heute so vom Leder gezogen, das dritte Jahrtausend, dass ich glaube, die erleben nicht mehr mehr das nächste Monat. Da sind sie weg. Das hat sich heute schon nach Abgesang angehört. Die machen auch dicht. Das hat sich fast so angehört, dass sie ein bisschen beleidigt sind, dass sie noch nicht abgeschaltet wurden. Da sind sie nicht wichtig genug von YouTube so ungefähr. Da haben wir sie noch mal richtig auf den Sack gehauen jetzt. Und dann werden sie einfach schon noch nicht abgeschaltet irgendwie. Ich meine, wenn sie mich schon abschaltet, ne, also zumindest gedroht. Und ich habe praktisch 20 Fans. Und da sitzt einer, der findet es notwendig, mir mitzuteilen, dass ich mich nicht korrekt äußere. Kaum zu glauben, kaum zu glauben. Ja, wo willst du denn das jetzt wieder veröffentlichen, das stimmt. Weiß ich nicht, habe ich was Falsches gesagt oder habe ich was Richtiges gesagt? Eigentlich hast du bisher nichts Schlimmes gesagt. Oder? Ne, hast du dich nicht geäußert. Du hast nur berichtet. Nein, man weiß es nicht. Ach, dann war noch eine Bemerkung zur Inzidenz. Das ist ja mal ein Steckenpferd-Inzidenz. Da dachte ich, ich kenne alles. Aber da ist mir doch wieder vor Augen geführt worden, dass ich da auch nicht ganz richtig... Also man denkt immer, man hätte gedacht und dann kriegt man ja vorgeführt, dass es... Das heißt doch immer, die Anzahl der gemeldeten Fälle innerhalb von sieben Tagen auf 100.000 Einwohner. Und da bin ich hergegangen und habe halt den Odenwaldkreis genommen. Der hat zufälligerweise so ungefähr 100.000. Und habe dann gesagt, naja, da werden sie halt so eine Region und dann zählen sie da in der Region. Aber was machen die, wenn sie nur ein Dorf zählen? Ja, das hat der dann gefragt. Oder da haben wir so eine Anfrage an die Regierung gestellt. Ich wusste die ja nicht Bescheid. Ja, weil dann kommen ja die Bezugsgröße 100.000, stimmt da nicht mehr. Also wenn man jetzt in so einem Dorf allein, wenn man ein Dorf zum Hotspot erklärt, wie geht denn das? Da erreicht man ja die Inzidenz gar nicht. Da wird die hochgerechnet, hat der dann erklärt. Das ist mir gar nicht klar gewesen. Natürlich muss er das hochrechnen. Dann hätte sie eine Bezugsgröße zwar, aber die Bezugsgröße der Tests, die geht nicht ein. Also die eigentliche Bezugsgröße, die geht nicht ein in die Rechnung. Nur die Bezugsgröße, die untermerkt man erst mal, wie willkürlich das ist. Ich kann ja praktisch sagen, ich nehme jetzt dieses Art hier und messe da drüber in dem Haus. Oder ich sage dann, oh ja, der kommt ganz Breuberg aus. Und da kann ich aber doch nicht die da in dem Block. Naja, also wie soll ich das erklären? Quatsch. Jedenfalls kann man es nicht einfach hochrechnen. Das geht auch nicht. Und da merkt man mal, dass die ganze Formel halt vollkommen schräg ist. Auf der Odenwaldbezogene hätte ich gesagt, das ist eine anständige Bezugsgröße, 100.000. Gesundheitsamt kennen wir. Was da gemeldet wird oder was von dem dann gemeldet wird an die Zentrale, RKI. Wie auch immer das zustande kommt, das ist dann das, was wir da innerhalb von Siebetachdaten haben. Und dann muss man nachfragen, wie kommt das zustande? Wer ist der Melder? Also die Melder selbst überprüfen wir jetzt gar nicht genauer. Das könnte ja genauso Döddödl sein, die irgendwie was aufhine da haben, mit den Nasenbohren und melden dann irgendwas, weil sie da dafür bezahlt werden oder so. Also kann man ja auch mal hinterfragen, wie das zustande kommt. Und dann kann man den Test als solches hinterfragen. Und da geht es dann los. Dass zum einen die Qualität des Tests in diese Funktion eingeht und zum anderen die Anzahl der Tests, der Getesteten. Und das kommt in dieser Formel nicht vor. Zwei wichtige oder drei wichtige Faktoren. Wer ist der Melder? Wie viele Tests haben Sie gemacht? Welche Qualität haben Sie? Nö, brauchen wir nicht. Das möchte ich noch einmal wissenschaftlich darstellen. Weil es gibt so viele Leute, die legen jetzt auf einmal mit Wissenschaft so einen Wert. Das kann ich ja... Setze ich mich mal hin und schliebe es. Mache ich nachher. Und mache mal einen Vortrag. Und dann wird das hier aufgemalt, damit man sieht, es gibt eine Kurve. Oder auch nicht. So, jetzt bin ich aber fertig. Ja, das sind die Nachwirkungen von gestern. Das war nicht gut. Also es war gut, aber ich habe meinen, das ist nicht gut. Und was liegt das? Ich behaupte, der Wein war nicht gut. Das wäre jetzt... Das wäre ja Schande. Das stimmt. Das Bier? Das Bier war gut. Naja gut, dann werde ich das mal überprüfen müssen. Muss ich ja nochmal eine Flasche trinken, oder? Ja, so sieht es aus. Ich kann mich ja nicht auf ein Messergebnis verlassen. Da bin ich ja genauso blöd wie die. Mit der... Ja. Das geht ja nicht. Ich mache immer zwei Tests. Immer. Also mindestens. Mindestens. Drei ist noch besser. Dann reten wir langsam. Selbst wenn der Test nicht so gut ist in die Region, wo man sagen kann. Und die Statistik sagt, jetzt kommen wir langsam drei, wo wir was aussagen können. Dreimal positiv. Oder dreimal negativ. Schon ein Unterschied. Ja, ich weiß. Mir geht es um die Positiven, den anderen geht es um die Negativen. Das ist auch nicht so blöd wie das andere. Ich weiß. Die Negativen sind nicht blöd. Die Positiven sind blöd. Also gut. So, wo sind die Schafe? Keine Ahnung. Sind nicht da. Jetzt habe ich meine Maske vergessen. Das ist zum Kotzen. Das kann ich nicht einkaufen gehen, weil ich keine Maske habe. Oder ich müsste irgendwo hingehen, wo ich mir erst so ein Ding da kaufe. Diese dummbauzigen Dinge. Ich gehe einfach mal nur noch, vielleicht ergibt sich irgendwie eine ganz andere Lösung. Vielleicht steht einer da und macht mittlerweile so einen Bodendienst. Könnte auch. Für die maskenlose Menschen bereitet er einen Bodendienst vor. Die sagen doch immer, man sucht Jobs, Stelle-Ausschreibungen und so. Geh mal hin und hol mal was. Ich habe keine Maske dabei. Aber das ist ein neuer Job. Der Maskenlosversorger. Zorro ohne Maske. Ach, da habe ich noch einen Film gesehen, wo sie in Berlin sind. Ui, das ist nicht. Da hast du dann auch gedacht. Was ist das Glück, dass du da nicht mehr bist. Ach gut, da sind sie in dem... Wie heißt die? So ein Park. In Neukölln ist der, glaube ich. Hasenheide, meine ich. Bin mir nicht sicher. Und da kommen so zwei Gruppentreffen aufeinander. Maskenträger und Maskenlose. Du lieber Gott, da fragt man sich, was hat die... Sind die geimpft? Mit was sind die geimpft? Ach du lieber Gott. Also man muss sagen, beide regen sich natürlich auf. Aber warum regen sich die mit der Maske über die ohne Maske auf? Das ist mir nicht klar. Die müssen doch da nicht hingehen. Die belästigen doch niemanden. Und da regen die sich auf, weil die sich untereinander anstecken könnten? Oder wie? So eine faule Nummer. Wo gibt es dann sowas? So fadenscheinliche Dummbauts. Aber damit wird argumentiert, dass die keine Rücksicht nehmen. Sich untereinander treffen und sich anstecken. Schlimm, schlimm, schlimm. Wenn man so weit ist, dass man die Leute so weit hat, dass man sagt, ihr nehmt keine Rücksicht, weil ihr euch selbst gefährdet. Und damit die anderen. Könnte einer, wenn du von der Burg runter springst, ohne stehen. Das stimmt sogar. Ich will ja gar nicht sprechen. Oh, was ist jetzt? Wo kommt denn da was? Hat der einen Kommentar abgelassen? Ja klar. So, jetzt was machst du? Ja, ich schicke so ein Pferd rein. Da gab es doch mal so ein sprechendes Pferd im Fernsehen. Jetzt bin ich mal gespannt, was ich da mache. Könnte ich da durchrasen. Schmeiße das Geld über den Dreh. Und bin schon wieder weg. Wie ein geölder Blitz. Das ist aber Gefährdung der Anderswelt. Dabei bin ich jetzt praktisch schon zwei Jahre lang in Quarantäne. Das kann mir überhaupt keiner was anhaben. Das zählt aber nicht. Warum zählt das eigentlich nicht? So es ist, das zählt nur, wenn es zählen soll. Da gibt es jetzt mittlerweile neue Richtlinien. Das heißt, die Richtlinien heißen, früher hieß das so, der Papa hat immer recht. Hat Papa einmal nicht recht, tritt Paragraf 1 in Kraft. Und jetzt heißt es halt Paragraf 1, die Mama hat immer recht. Hat Mama nicht recht, Paragraf 2, tritt Paragraf 1 in Kraft. In der Schleife befinden wir uns. Das war damals noch als Witz gedacht. Du siehst mal, wie sich die Zeit erinnert. Ups. So ist das schön. Ist das nicht ein wunderbarer Baum? Wer hat denn den da hingestellt? Extra für dich. Stimmt das? Für mich? Wunderbarer Baum fotografierstellt. Extra für mich. Nur das war's. Das war oft manuell gestellt. Na sowas doos. Na ja. Wollen wir sehen. Jedenfalls der Spruch, jetzt ist er wieder eingefallen, vom Kriegsdienstverweigerer ist er. Und das ist mir eingefallen im Zusammenhang von dem Polizist, wie der dann zu dem gesagt hat, die Antwort hat mir nicht gefallen. Sie bleiben jetzt erst mal hier. Sie können da. Und das ist im Kriegsdienstverweiger heißt es, ätch, die Antwort aber ist falsch. Richtig ist die Antwort nämlich die. Ich werfe meine Waffe fort und dann bitte ich die Herren mit der Gefährdgewaltigung doch aufzuhören. Ja, Grundgesetz, ja Grundgesetz, ja Grundgesetz. Sie berufen sich, Herr Pausenlosers Grundgesetz. Sagen Sie, sind Sie eigentlich Kommunist? Im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung versteht sich. So war das damals noch. Jetzt muss man sich mal überlegen. Da haben wir die sich auf die Grundordnung gezogen. Und damit haben wir so alles niedergeschlagen. Allen und Leuten eingesperrt. Krieg und das verweigert und das. Und jetzt, jetzt rennt einer mit der Grundordnung rum oder ein, nee, war das, hebt die, kommt ein Polizist und sagt, das darfst du nicht machen. Das ist eine falsche Demonstration. Falsches Buch. Falsche Art. Also, das kann eigentlich nicht stimmen. Nein, das darf nicht stimmen. Das ist aber so. Ätch, die Antwort aber ist falsch. Richtig, richtig ist die Antwort, nämlich die. Und was sagst du? Nix, gar nix. Am besten sagt man gar nix. Den habe ich jetzt angeguckt. Man sieht, der hat was eben. ... was zu geben, zu helfen, zu machen, zu tun und sonst was. Und denkt immer daran, die Welt da draußen ist nur ein Spiegel. Sich über ein Spiegelbild aufzuregen, bringt gar nichts. Naja, gut. Das, was verändert werden muss, ist das, was vor dem Spiegel steht. Naja. Ach so, der ist ja fertig. Da ist er, da ist er, da ist er. 85.000 Seiten sind geschwärzt. Am 11. Januar 1967 meldet das US-Außenministerium eine besorgniserregende Neuigkeit. Man habe aus mehreren Quellen erfahren, dass der deutsche Studentenführer Rudi Dutschke in San Diego oder Berkeley studieren wolle. Er sei der bekannteste linke Agitator in West-Berlin und habe Demonstrationen initiiert, die gewaltsam endeten. Ist das nicht der Hammer, was man da jetzt alles im Nachhinein hört. Und damals, wenn man es gesagt hat, habe ich so gemeint, Spinner. Es ist kaum zu glauben, kaum, als alles kaum zu glauben. Ich wollte noch geben. Das Ende, das ist das Ende. Apokalypse heißt das in der Bibel. Die Offenbarung des Johannes. Was sagen Sie uns da? Sie wehren sich, weil Sie ja in Notwehr sind. Äh, das ist aber falsch. Das durften Sie nicht sagen. Das richtigeste hat man nämlich die. Ich werfe meine Waffe facht. Und dann bitte ich die Hand mit der Fähre, um doch bitte aufzuhören. Was sagen Sie uns da? Sie kämen als Soldat doch nie in eine solche Situation. Fangen Sie schon wieder an. Ist doch Politik. Hat doch mit dem Wissen nichts zu tun. Mit Corona. Grundgesetz, ja Grundgesetz, ja Grundgesetz, ja Grundgesetz, ja Grundgesetz. Sie berufen sich ja pausenlos aufs Grundgesetz. Sagen Sie mal. Na? Sind Sie ja nicht Kommunist. Naja. Ihr darf je... Ja, so ist das. Versteht sich.